Eine große Kritik, ein großes Lob, viele Kleinigkeiten? Schauen wir es uns an! Die NX74205, die USS Defined, ein Blubricks Pro-Set aus 2022, 104965 ist das dann bei Blubricks, 2856 Teile, gebaut in 574 Bauschritten in 8 Bauabschnitten. Das ist übrigens ein Maßstab von 1 zu 333, das ist exakt der Maßstab des Bird of Prey in groß, den ich hier auch schon vorgestellt habe. Also ich glaube, daneben wird sie sich richtig gut machen. Es gibt einiges, über die es sich lohnt, bei diesem Set zu reden. Die USS Defined, natürlich aus Deep Space Nine, mein liebstes Set aus dem gesamten Star Trek-Universum. Ich habe die USS Nine geliebt, ich habe schon in der Vergangenheit darüber gesprochen und die Defined war einfach das Schiff schlechthin. Sie war Kult, sie hat Spaß gemacht, leider nach Deep Space Nine die wieder eine Rolle gespielt. Aber wer weiß, vielleicht wird es eines Tages im Star Trek-Universum mal wieder eine Defined geben. Blubricks hat dem Ganzen ein Set gewidmet, ein sehr großes Set, über 2800 Teile, ich habe darüber gesprochen. Es sind auch fast 2,6 Kilo. Es ist ein ganz schöner Oschi und es ist ja auch ein nicht ganz einfaches Set. Auch sehr, sehr viel rund. Natürlich ist sie ein bisschen einfacher als, sagen wir jetzt mal, die klassischen Enterprise-artigen Schiffe. Aber nichtsdestotrotz, Blubricks hatte ja sicherlich einige konstruktive Herausforderungen. Über all das wird zu reden sein. Grundsätzlich mal Deep Space Nine, sie hat in 62 Folgen mitgespielt. Sie war allerdings auch in einem Film, First Contact. Dort konnte man ziemlich gut mal den Größenunterschied im Vergleich zu Enterprise sehen. Sie hat ihr Leben begonnen in den Köpfen der Star Trek-Macher im Grunde als ein aufgemorztes Runabout. Sprich, sie ist eigentlich relativ klein. Blubricks schreibt das wie immer hier auf die Plakette drauf. 170 Meter gerade einmal. Das heißt, sie ist nicht viel länger, aber natürlich deutlich schmaler als ein Bird of Prey. Wie gesagt, sie hat bei Blubricks auch denselben Maßstab wie der große Bird of Prey. Insofern, das hat Blubricks wirklich brillant hinbekommen. Technisch gesehen ist das hier 1 zu 333. Ich glaube, der Bird of Prey habe ich mal ausgerechnet 1 zu 334. Aber mit anderen Worten, die passen perfekt zusammen. Und sie ist natürlich ein bisschen wuchtiger. Ich würde mal wetten, von der Tonnage her wäre sie auch schwerer. Aber sie ist natürlich ein relativ kleines Schiff. Sie ist eingeführt worden. Natürlich jetzt mal im Star Trek-Lore, wenn man so will, hat sie ihr Leben begonnen als Prototyp NX. Man weiß übrigens bis heute, das war super spannend in der Vorneweg-Recherche, mir war das auch nicht klar, dass offiziell bis heute nicht bestätigt ist von den Star Trek-Machern, was das NCC bzw. das NX in den Schiffsnummern eigentlich bedeutet. Es gibt sehr, sehr viele Theorien, aber das N wird wahrscheinlich für Naval stehen und CC gibt sehr viele Theorien, die alle sehr schlüssig klingen, auch was mit amerikanischer Militärgeschichte zu tun hat. Aber CC könnte für Construction Contract stehen, was eigentlich ein bisschen merkwürdig wäre, aber sei es drum. X, die Wahrscheinlichkeit, denke ich, ist sehr, sehr hoch. Ich glaube, da gibt es viel Einigkeit, dass das X für Experimental steht. Wie dem auch sei, sie hat ihr Leben als Prototyp begonnen, sie ist ein Kriegsschiff. Und das ist tatsächlich etwas, was in The Next Generation die Sternenflotte eigentlich nicht mehr macht. Die Sternenflotte macht Diplomatie und Forschung, ja, so ein bisschen Landesverteidigung gehört auch mit dazu. Aber das ist ja nur so ein Nebending, die Familien wohnen mit an Bord der Schiffe etc. etc. Das ist ja doch ein bisschen Teil auch der Star Trek-Utopie. Und hier wurde eben mit der Defiant, hat die Sternenflotte gesagt, nachdem bei Wolf die große Auseinandersetzung mit diesem einen Bordcube war, wo man aber immerhin 40 Schiffe und 11.000 Seelen verloren hat, dass man vielleicht doch wieder Kriegsschiffe braucht. Also hat man die Defiant angefangen zu entwickeln. Sie ist spartanisch, sie ist einfach, sie ist nicht dafür gemacht, dass man auf ihr lebt, noch nicht einmal die Besatzung. Familien sind sowieso nicht vorgesehen. Die Kabinen wird ja auch in Deep Space Nine gut gezeigt, haben im Grunde den Charme von U-Boot-Fahrern. Sie ist eng, aber sie ist eben stark bewaffnet, gut gepanzert, schnell, sie ist ein reines Kriegsschiff. Man hat eigentlich dann große konstruktive Schwierigkeiten mit ihr gehabt. Sie war schlicht und ergreifend überbewaffnet und übermotorisiert, hat nicht so gut funktioniert. Plus die Borg-Bedrohung, für die sie entwickelt worden ist, spielte keine große Rolle mehr und deswegen hat man sie dann eingemottet. Benjamin Sisko, Commander der Deep Space Nine, war Teil des Prototypen-Teams und hat sie dann geholt, als das Dominion kam. Von den Machern her muss man sagen, dass sie eigentlich zwei Gründe hatte, warum sie eingeführt wurde in Deep Space Nine. Das eine ist, man ging davon aus, dass die Fans das einfach nicht mehr abkaufen würden, dass die Deep Space Nine im Grunde nur beschützt wird von drei Runabouts, nachdem ihr das Dominion gerade ohne allzu große Probleme, die Odyssey, sprichend Galaxy-Class, Großkampfschiff oder Großschiff auseinandergenommen hatte. Insofern brauchte man irgendwas Stärkeres und tatsächlich, ich sagte es vorhin schon, hat sie ihren Eingang dann eben auch als gepimptes Runabout. Also da hat man eigentlich angefangen. Der zweite Grund war, dass die Autoren immer größere Schwierigkeiten hatten, die ja doch mittlerweile auch recht große, ich sag mal, Kommando-Gruppe der Deep Space Nine, da gehört sicherlich auch Garak dazu und Quark gehört natürlich dazu und einige andere. Und dass man die auf den kleinen Runabouts natürlich nie komplett durch die Gegend schicken konnte. Und man konnte sie, weil man sich ja mal irgendwann festgelegt hat, dass ein Runabout, ich glaube gerade mal Warp 6 fliegen kann, konnte man sie auch nicht so weit wegschicken. Also man wollte etwas haben, was einem auch von der Autorenseite her ein bisschen mehr Spielraum geben würde, ein größeres Schiff und ein Schiff, das eben auch schneller ist. Und so ist dann die Defiant entstanden. Ansonsten war sie definitiv auch ein Schiff mit gewissen Maßgaben, auch an das Design-Team irgendwas Cooles zu haben. Und das ist natürlich gelungen. Legendär natürlich das Phaserfeuer der Defiant mit einer völlig eigenen Optik, aber auch Geräuschkulisse. Man hat sich da ein bisschen an Rattling ganz wohl orientiert. Sie war, denke ich, durchaus in vieler Hinsicht, eben weil sie als Kriegsschiff-Design war, eben auch etwas Besonderes. Und obwohl sie ja im Grunde relativ klein ist, hat sie, denke ich, einen Platz im Herzen aller Deep Space Nine-Fans gefunden. Und insgesamt gab es, glaube ich, nach meiner eigenen Erinnerung in Deep Space Nine, oder insgesamt vier verschiedene von ihr. Es gab sie, sie ist ja einmal zerstört worden, dann gab es eine neue, dann gab es einmal dieses von der Red Squad oder so, dieses Kadetten-Ausbildungsschiff. Und dann wurde natürlich nochmal eine im Paralleluniversum gebaut. Insofern, nach meiner Kenntnis gab es diesen Rumpf quasi viermal, wenn man so will, im Laufe von Deep Space Nine. So, jetzt kommen wir zu dem Modell. Das ganze Stück ist 17 cm hoch, 51 cm lang, knapp unter 40 cm breit. Steht auf diesem Ständer. Ich sagte eingangs schon, es gibt eine Kritik, aber auch ein großes Lob. Die Kritik ist für mich der Ständer. Den finde ich, erstmal sieht er optisch nicht so toll aus. Man muss eigentlich sagen, ihr merkt das hier schon bei den ganzen Schatten, die meine Filmscheinwerfer hier werfen, er verschwindet eigentlich ziemlich gut unter dem Modell. Ja, jetzt guckt ihr ziemlich stark von der Seite, aber so guckt man ja wahrscheinlich in den meisten Szenarien nicht. Tatsächlich ist es ein Modell, wo ich vielleicht nicht empfehlen würde, aufgrund des meiner Meinung nach recht hässlichen Ständlers, es hochzustellen. Sondern wenn man es auf ein Regal auf der Höhe stellt, wird man natürlich primär von oben drauf gucken. Und das ist auch der schönste Blick, den sie hat. Natürlich genau das, was ihr jetzt nicht seht, aber ich zeige euch ja wie immer die Nahaufnahmen. Sie sieht von oben wirklich cool aus. Dann versteckt sie auch den Ständer ganz wunderbar. Schon wenn man jetzt aus meinem Blickwinkel drauf guckt, sieht man den quasi nicht mehr. Insofern, das ist deutlich besser, als ich das ursprünglich befürchtet hatte. Trotzdem in Anbetracht ihrer genialen Optik an der Oberseite und auch einfach ihrer Flunderform, ist sie natürlich von der Seite nicht so super, meiner Meinung nach. Das heißt, ich hätte, was ich mich gefreut hätte, wenn Blubrixx hier von Anfang an die Teile beigelegt hätte, um diese Ständer auch umbauen zu können. Denn das sind im Grunde Technikarme hier unten. Technikbalken. Und das heißt, man könnte sie auch sehr einfach, die sind sogar hier oben, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber doch, hier oben, wo sie befestigt ist, sind die sogar flexibel eigentlich gelagert. Das heißt, mit anderen Worten, aus meiner Sicht könnte man relativ leicht auch einen Ständer bauen, wo sie schräg drauf steht. Viele von euch kennen bestimmt, es gibt einen sehr bekannten Mock für einen Ständer, für den großen Millennium Falcon von Star Wars, wo eben genau das das Ziel ist, dass man das Ding nicht mehr flach hinstellt, sondern so. Das wäre aus meiner Sicht auch für sie sehr angebracht. Zum einen, weil man dann eben mehr von dem schönen Schiff sieht, weil sie eben von oben so gut aussieht. Zweitens, dann passt sie natürlich auch besser in Regale ein. Fast 40 Zentimeter Tiefe, bei dem Regal wird es funktionieren, aber wenn man das jetzt, keine Ahnung, in die Kea Billy Regal stellen will, dann wird es halt schon schwierig und da wäre eine leicht schräge Position ganz gut. Das ist im Grunde, dieser Ständer, auch meine einzige Kritik an dem ganzen Set. Muss ich, kann ich gleich vorne wegschieben. Ansonsten haben sie das alles richtig gut gemacht. Was man natürlich auch sagen muss, der Ständer ist natürlich vom Gewicht hier leicht an der Grenze. Also ich bin mir relativ sicher, Lego würde das zum Beispiel nicht so machen. Das wäre denen zu riskant. Ähm, ob, ja, also ich glaube, die Teile halten das ganz gut. Sie ist auch sehr ordentlich befestigt. Es sind insgesamt pro Ständer vier Noppen, die sie halten. Mal vier macht 16 Noppen, das ist eigentlich schon sehr ordentlich. Aber klar, ich meine, das sind über zweieinhalb Kilo, die hier auf diesem Ständer lasten. Das ist natürlich schon ganz schön, ganz schön heftig. Aber ich finde, insgesamt haben sie es sehr, sehr schön gelöst. Und wie gesagt, es ist besser, als ich befürchtet hatte. Trotzdem, wenn entweder die Möglichkeit gewesen wäre, dass man ihn umbauen kann. Da hätte sich Blubricks, glaube ich, kein Zacken aus der Krone gebrochen. Ein paar mehr Technikteile, dann wäre das möglich gewesen. Vielleicht wollen sie es aus Produkthaftungsgründen nicht, weil sowas kann dann ja runterrutschen, umkippen, sonst irgendwas. Vielleicht wäre es vom Schwerpunkt auch schwierig gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Aber es wäre ganz nett gewesen, wenn das wenigstens als Alternative in Teilen beigelegen hätte und als Anleitungskonstrukt. So, ansonsten, wie gesagt, sie ist eine Flunder. Sie ist sehr, sehr schwer. Und ich sage mal, jetzt sind wir natürlich noch beim Design, aber trotzdem schon zur Bauerfahrung. Was sofort aufgefallen ist beim Bau, ist, sie ist richtig, richtig cool zu bauen. Also, da sind wirklich Bautechniken drin, um die ganzen Schrägen hinzubekommen, um die Warp-Gondeln hinzukriegen, hier vorne den Rüssel quasi hinzukriegen mit dem Deflektor-Schild vorne. Da ist das wirklich, da wird viel Snot gebaut, da ist Technik drin, da sind Baurechnungsumkehrer drin. Sie ist wirklich kreativ zu bauen. Und insofern von der Bauerfahrung eher schon wie die abgefahreneren Mittelalter-Sets von Blubrixx zum Beispiel. Und es funktioniert auch alles ganz wunderbar, aber sie hat dementsprechend auch ganz gut Bauanspruch. Das muss man wirklich sagen, aber ist angenehm. Ja, also sie ist definitiv nicht zu schwer zu bauen, definitiv nicht so wie die alte Wassermühle zum Beispiel von Blubrixx. Aber sie ist eben wirklich ein anspruchsvoller Bau. Da unterscheidet sie sich, das ist jetzt ja das vierte große Modell, das ich baue. Ich habe jetzt ja schon einiges am Mid-Size auch gebaut, auch von den großen habe ich ja gebaut den Bird of Prey, die Galaxy-Class und eben das Runabout. Und da muss man sagen, ist sie hier definitiv die kreativste Bauerfahrung, der höchste Bauanspruch. Was das angeht, wirklich spielt sie ganz oben mit, was eben das Bauen angeht. Ja, ich meine klar, die Galaxy-Class war im Grunde eine riesen Ansammlung an Plate-Schichten, wenn man so will, wo dann oben und unten Fliesen drauf gedonnert wurden. Die Runabout wird eigentlich klassisch wie ein Modulargebäude fast gebaut, das sind einfach Bricks nach oben. Und der Bird of Prey war da auch schon ein bisschen kreativer, aber sie hier ist da wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Insofern, wer Lust hat auf tolle Bauerfahrung auch, der ist definitiv mit diesem Schiff hier am besten bedient. Und zu ihrer Optik, erst einmal vielleicht noch kurz hier auch angemerkt, es fehlt natürlich was. Genauso wie ich das bei Lego auch mache, wo ich normalerweise nicht besticker, außer vielleicht für die Schilder. Die Lego ja leider auch nach wie vor nicht gedruckt hinbekommt, Blubrixx macht das natürlich. Sind hier diese Dinge dabei. Das sind an meiner Kenntnis Übertragungsfolien. Da ich sie selber nicht getestet habe, kann ich es nicht ganz bestätigen, aber vom Gefühl her kann ich das tun. Das haben ja schon viele, die das Ding auch gebaut haben. Bei uns wie immer im Discord ist natürlich eine sehr lebhafte Community mit sehr viel Bauerfahrung. Insofern auch, wenn das, was ich hier erzähle, euch noch nicht ganz reicht, dann schaut doch mal einfach vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link auf den Discord. Ihr müsst, glaube ich, sehr weit runter scrollen. Da ist dann irgendwo, das sind die Übertragungsfolien. Das ist eine Technik, die man auch aus dem Modellbau kennt, die vielleicht, wer das nicht kennt, am ehesten vergleichbar ist mit so Abziehend, so Tattoos, wie Kinder sich die gerne mal auf den Armen machen. Das heißt, man nimmt die Folie, überträgt das dann hierher, die Folie kommt weg. Das ist ein Unterschied zum Sticker, denn es geht darum, hier oben diesen Ring zu bestickern. Das hat Blubrixx nicht bedruckt hinbekommen, weil das einfach sehr, sehr viele Teile sind. Also ein Defined-Schriftzug geht vielleicht über 15, 20 Teile. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so ganz gut funktioniert, da das dann auch eine Snod-Technik ist, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, dann vom Druck her. Sonst ist es ja so, auch hier vorne, wenn hier mal, was ich hier, sind es drei Slopes, wo ein Druck drüber geht, dann werden die drei Slopes auf eine Plate gesetzt. Die Plate kommt so komplett mit den drei Teilen in den Druck, so wird sie auch ausgeliefert. Dadurch bekommen die das hin, dass die Drucke so perfekt zueinander passen. Wenn ich aber in Snod-Technik arbeite, habe ich keine Plate, auf die ich das draufsetzen kann. Das heißt, ich habe einen Haufen Teile zusammengebaut, wo ich dann von der Seite draufdrucken müsste. Die Teile sind nicht fixiert, weil sie eben nicht auf einer Plate aufgebracht werden können. Ich vermute, das sind die Gründe, warum sie das hier nicht gemacht haben. Plus sehr, sehr viele Teile, da kann nochmal was schief gehen. So eine Übertragung, das ist natürlich die große Frage. Ist hier die gleiche Kritik wie an den Stickern angebracht, dass nämlich Sticker eine gewisse endliche Lebensdauer haben, die deutlich geringer ist als die der Glemmbausteine. Mit anderen Worten, das sieht irgendwann aus wie Rütze. Ob das bei diesen Übertragungsfolien besser ist? Wie gesagt, es gibt Erfahrungen aus dem Modellbau. Da funktioniert das nach allem, was ich höre von erfahrenen Modellbauern ganz gut. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Da ich es selber hier auch nicht ausprobiert habe, weiß ich auch nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Denn natürlich, wie gesagt, es sind sehr viele Teile von der Seite. Und Singbau, das ist jetzt nicht die allerhöchste Teilequalität, mit anderen Worten. Da gibt es auch gewisse Maßabweichungen. Man merkt das schon, wenn man hier drüber fasst. Gerade hier zum Beispiel habe ich das jetzt bei mir ganz extrem. Das ist nicht wirklich eben. Das ist eine ziemlich unebene Geschichte. Einfach, weil Singbau doch relativ hohe Abweichungen bei den Teilen hat, was ja auch den Spaß beim Klemmen dann bei denen oft ausmacht. Insofern, keine Ahnung, wie gut es funktioniert. Wie gesagt, schaut mal im Discord vorbei. Da kriegt ihr bestimmt noch ein paar Erfahrungen dazu. So, also, das fehlt bei mir hier oben. Dieser Ring, wo ein paar rote Streifen drauf kommen und dann eben Define-Beschriftung und so. Aber man hat natürlich hier vorne die 74205 drauf. Man hat hier den Define-Schriftzug. Ich sagte schon, 15 Drucke. Ich hoffe, ich habe mir nicht verzählt. Muss wie immer per Hand zählen. Die Drucke sind richtig gut in dem Set. Machen wir einen kurzen Abstecher auch zur Teilequalität, wo wir gerade schon dabei sind. Die Drucke sind richtig klasse. Vor allen Dingen hier auf diesen großen Cones oder was das sind. Auf diesen großen Panels, diesen großen Fertigteilen. Das ist ja ein sehr glattes Teil. Das hat denen überhaupt nicht geschadet vom Druck hier. Die haben da offensichtlich keine Probleme damit. Aber, und vor allem auch die Rundung gut hinzubekommen, die Drucke sind sozusagen gestochen scharf, kristallklar. Das ist wirklich so, wie, keine Ahnung, Laserdrucker auf Papier druckt. Das ist richtig gut. Ganz, ganz tolle Druckqualität hat Singbao richtig gut hinbekommen. Genau, das ist, glaube ich, jedem klar. Ich habe es jetzt eins noch mal erwähnt. Blubricks Pro, Star Trek eigentlich alle zu 99% Singbao hergestellt für Blubricks. Und das haben die richtig gut hinbekommen. Ganz, ganz tolle Drucke, machen alle richtig viel Spaß. In der Masse sind es aber diese beiden Schriftzüge. Hier hinten haben wir ein bisschen rote Streifen. Und dann hier vorne den NX204 Schriftzug nochmal extra. Aber das sind tolle Drucke und die sind wirklich gut gelungen. Natürlich hätte man argumentieren können, nö, kann man eigentlich nicht. Das ist alles genau richtig geworden. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Man weiß, welches Schiff es ist. Aus meiner Sicht kommt man deswegen auch wunderbar ohne diese Übertragungsfolien aus. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass die Feind ist auch zweimal dabei. Man kann es einmal versuchen. Wenn es nicht klappt, kriegt man es hoffentlich von den Steinen wieder runtergerieben. Ansonsten dreht man die Steine einfach alle um. Dann ist es wieder gut. Und dann kann man, wenn man möchte, es noch ein zweites Mal versuchen. Ich würde auch behaupten, mit den Steinen vorne und hinten müsste man sogar drei Versuche sich zurechtgebaut bekommen. Also ich glaube, da wird dann schon ein Schuh draus. Von natürlich der Optik, was auffällt, ist zum einen, dass sie hier ganz wunderbar diese schrägen Hände bekommen haben. Diese beiden riesen, mächtigen, wuchtigen Warp-Gondeln an der Seite haben sie richtig klasse hinbekommen. Da hat man natürlich wahnsinnig viel Platz drin. Die Warp-Gondeln werden an vier Technik-Pins angesetzt. Das heißt, innen drin ist sehr viel Hohlraum. Da müsste sich sehr, sehr gut eine Beleuchtung unterbringen lassen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und ich glaube, auch bei diesem Schiff kommt das richtig gut. Genauso hier vorne. Der Rüssel hier vorne, so nenne ich ihn jetzt einfach dreisterweise mal, ist im Grunde komplett hohl. Das sind vier so Plattenkonstruktionen, die dann mit Hinges zusammengesetzt werden, um auch hier wieder eine leichte Zuspitzung nach vorne hinzubekommen. Richtig gut gelungen. Das heißt, auch hier vorne den Deflektorschild zu beleuchten, sollte eigentlich auch relativ einfach möglich sein. Also das ist, wie gesagt, auch die ganzen Formen sind einfach nur klasse gemacht. Also das muss man wirklich sagen, sie haben hier vorne die Rundung gut hinbekommen, die Warp-Gondeln gut hinbekommen, die Zuspitzung nach hinten hinbekommen, dann hier hinten. Also das ist, das ist wirklich, wirklich cool. Also wie gut sie diese Formen hinbekommen haben. Man sieht wieder einmal, ich habe jetzt ja auch gerade erst am Donnerstag euch ein Mid-Size-Modell wieder vorgestellt. Da wird noch einiges kommen. Ich liebe die Mid-Size-Modelle. Ehrlich gesagt, mittlerweile mag ich sie sogar lieber als die Großen. Aber man sieht natürlich bei den Großen, das war bei der Galaxy-Class schon so, das war im Grunde bei allen Großen so. Der Bird of Prey funktioniert witzigerweise in allen Größen. Der ist sehr praktisch und Klemmbau Stein. Aber gerade die Sternflotten-Schiffe in Groß kriegt man natürlich die Form besser hin. Das muss man wirklich sagen, das war natürlich bei der Sovereign-Class, aber auch bei der Voyager war das natürlich deutlich schwieriger, die elliptische Form und so hinzubekommen im Mid-Size-Bereich, hier im Großen Bereich. Richtig, richtig gut. Aber da ist eben auch, ich sagte es jetzt schon ein paar Mal, richtig gehörnschmalz reingeflossen. Das ist wirklich ein cooles Design. Optisch kann man diskutieren, ob das hier jetzt so cool ist, aber es ist einfach so, für diese Teile hier gibt es einfach nichts im invertierten Bereich. Das hier hätte man noch vielleicht irgendwie zumachen können, das hier geht nicht. Es ist, wenn man so will, ein sehr eigenwilliger Look mit diesen offenen Steinen hier unten. Auf der anderen Seite, mein Gott, es sind Klemmbau-Steine. Insgesamt hat das Set, wie ich auch wieder finde, eine sehr, sehr schöne Mischung, wie viele Noppen man sieht. Insgesamt sehr, sehr wenig. Es ist ein sehr glattes Schiff geworden. Ich hatte zuletzt bei der Razorcrest von Lego drüber gesprochen. Die haben das auch richtig gut hinbekommen, die Designer. Man sieht hier vielleicht an der Oberfläche 30 Noppen oder so. Das ist bei der Masse super wenig, aber es ist so viel, dass man eben klar sehen kann, das sind Klemmbau-Steine und das ist auch gut so. Das hier versucht nicht Modellbau zu sein. Wie gesagt, das hier hinten könnte man diskutieren. Aber insgesamt, geniale Optik. Von den Teilen, was auch richtig cool ist, dass wir hier Pearl Dark Grey drin haben. Das ist eine Farbe, das ist also, ich sag jetzt mal, ein sehr dunkles Silber oder Metallic Dunkelgrau, könnte man sagen. Das ist ähnlich wie Pearl Gold, Flat Silber, ja, das sind ja diese Metalliktöne. Erstmal sehr, sehr schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. So in der Quantität habe ich das noch nie gesehen. Richtig, richtig cool. Lego geht mit dieser Farbe sehr, sehr sparsam um. Die kennt man hauptsächlich aus dem Minifiguren-Kontext. Wenig als Teile gibt es auch, aber es ist wenig. Das habe ich noch nie in diesen Mengen gesehen. Das macht richtig Spaß. Trotzdem, aufgrund der Größe des Schiffes, ist es am Ende doch sehr überschaubar. Wir haben das einmal hier und dann in diesen beiden Bereichen hier vorne. Aber das ist richtig gelungen, gefällt mir richtig gut. Sie ist auch relativ schick. Ich kann euch das jetzt nicht so gut zeigen. Sie ist auch relativ schick an der Unterseite. Wie gesagt, Ständer etc. Bisschen problematisch. Aber insgesamt finde ich, dass sie auch die Unterseite richtig gut hinbekommen haben. Da sieht man natürlich durchaus Plate-Massen. Aber da ist sie deutlich hübscher als zum Beispiel die Razor Crest von Lego. Insofern, da haben sich die Designer hier an der Unterseite sehr viel Mühe gegeben. Das ist insgesamt etwas, was Bluebricks da besser drauf hat als Lego. Dass die sich auch eben für solche Winkel Mühe geben. Selbst bei einem so klaren Display-Set wie diesem hier ist kein Spiel-Set. Bei Lego hat man immer das Gefühl, rundum machen die nur dann, wenn es eben auch ein Spiel-Set ist. Und rundum bespielt wird bei der Razor Crest. Aber da braucht jetzt nicht wieder drüber eingehen. Haben sie das nicht wirklich gut hinbekommen, weil sie einfach sagen, da steht im Regal und das sieht keiner. Bluebricks gibt sich hier keine Blöße. Es ist rundherum ein schönes Set. Man müsste sie aus meiner Sicht, was das Optische angeht, wie immer übernehme ich keine Garantien, aber was das Optische angeht, müsste das auch sehr gut aufhängen an der Decke. Müsste auch sehr, sehr gut funktionieren. Den Ständer, wie gesagt, kann man komplett rückstandslos frei abnehmen, weil der einfach nur mit Noppen unten an die Unterseite gesetzt wird. Da wird nichts verbaut im eigentlichen Schiff. Was vielleicht stabilitätsmäßig auch nicht ganz optimal ist, aber hat den Vorteil, man kann sie eben auch sehr leicht vom Ständer runternehmen oder eben auch einen eigenen Ständer mocken. Damit ist eigentlich das Wichtigste auch gesagt. Natürlich ist das ein Schiff, über das man gar nicht so viel reden kann. Die Optik ist klasse gelungen. Ich finde die Warp-Gondeln super, die Formen super. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob einer von euch irgendwas noch zum Meckern gefunden hat. Aber insgesamt finde ich, es ist ein wirklich klasse Design. Ein paar Satzteile. Übertragungsfolien hatte ich schon drüber gesprochen. Anleitung, ja, es ist eine Sing-Bow-Anleitung. Es ist wie immer kein Highlight. Es gibt keine Digitalanleitung. Sie haben immer so ein bisschen dieses Ausdauungssystem mit Dark Rouge Grey, Light Rouge Grey. Ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe schon gefühlt in zehn Sets drüber gesprochen. Und was auch noch dazu kommt, das hatte ich bei der Wartburg recht stark angemerkt. Das ist ein sehr dickes Buch, das natürlich so einem dicken Buch zufolgend ja im Grunde meistens dann so vor einem liegt, weil es sich nicht wirklich glatt aufmachen lässt. Das ist erstmal okay. Es ist einfach eine dicke Anleitung. Sing-Bow, ihr seht das hier schon, druckt aber sehr tief in den Buchdrücken rein. Das hat mich bei der Wartburg schon tierisch genervt. Und hier auch. Man ist eigentlich ständig immer mit einer Hand an der Anleitung, das hier auseinander zu drücken, um da jetzt hier im gelben Kasten, das ist jetzt nicht so spannend, aber ihr wisst, was ich meine. Da muss man, wenn man wirklich alles sehen muss, oft sozusagen die Anleitung mit einer Hand dann um auseinander drücken, ja. Sehr, sehr nervig, muss ich wirklich sagen. Stört mich richtig sehr. Ist wieder einmal ein Set, wo ich such gerne eine Digitalanleitung gehabt hätte. Einfach weil mich das tierisch nervt, wenn ich ständig an die Anleitung mit der Hand ran muss. Das ist ein bisschen ätzend. Ansonsten, die Anleitung an sich funktioniert perfekt. Ist sehr, sehr fair. Die Blickwinkel stimmen eigentlich fast immer. Man muss eigentlich sagen, ich hatte es schon angedeutet, es ist nicht einfach vom Bau. Also sie ist definitiv auch das schwierigste Modell zum Bauen bisher gewesen aus der Star Trek Serie von Blubricks. Die Bauschrittgröße ist mit fünf Teilen pro Schritt ziemlich genau relativ gut gewählt. Allerdings, das ist ja eher so ein bisschen im niedrigeren Bereich. Das ist ja schon quasi Lego-Niveau oder fast. Das ist aber auch hier okay. Also die Bauherausforderungen sind so groß, dass ich sagen würde, das ist eine Schrittanzahl, die mir passt. Bei leichter zu bauenden Sets mag ich es lieber, wenn es im Sechserbereich hoch geht. Aber die ist insgesamt sehr, sehr gut gewählt. Insofern kann man da nicht meckern. Insgesamt muss ich sagen, dass die Teilequalität nochmal, ja, ich habe schon so oft über Singbaos jetzt gesprochen. Ich meine, die Teile gewinnen keinen Preis, was Mikrokratzer angeht, was hässliche Anguspunkte angeht. Gefühlt hatte ich hier weniger Teile mit hässlichen Anguspunkten als sonst. Singbao ist ja wohl schon bemüht, mal umzustellen. Wenn sie in dem Tempo weitermachen, haben wir vielleicht in drei Jahren gute Anguspunkte. Man muss eigentlich auch leider sagen, fast alle Noppen, die man hier oben sieht, wenn ich jetzt mal so drüber gucke, das sind nicht hauptsächlich Wedgeplates, haben alle noch die alten schrottigen Krater. Insofern, das kriegt garantiert keinen Preis für Schönheit. Aber, Problem, dass wir bei Singbao-Teilen ja auch immer mehr, immer weniger haben. Bei der Runabout heute zuletzt darüber gesprochen, dass die Klemmkraft so ein bisschen all over the place ist, würde man im Englischen sagen, also mal zu viel, mal zu wenig. Das war hier relativ okay. Also ich hatte hier vielleicht zehn Teile, die mich genervt haben von der Klemmkraft her. In Anbetracht von über 2800 Teilen ist das sehr, sehr wenig und stört deswegen aus meiner Sicht bei diesem Set auch nicht die Bauerfahrung. Das ist nicht wie bei Runabout, wo man wirklich keinen Spaß an dem Wop-Gondel an der Seite hatte, sondern das ist hier wirklich überschaubar. Insofern, was das angeht, von den großen Sets her, sicherlich ganz weit vorne. Es ist auch nicht so wie bei der Galaxy-Class, die, wenn man sie umdreht, erstmal vier Teile abfallen. Das haben wir hier auch nicht. Bei der Wartburg hatte ich das auch. Ich dreh sie um und dann fallen die ganzen Dächer ab. Das haben wir hier alles nicht. Die Klemmkraft funktioniert und das Set ist insgesamt auch relativ gut konstruiert. Maschinen-Schmiere hatte ich durchaus auch immer wieder in Singbao-Thema. Kun Long bei den Bluebrick Specials auch immer wieder. Leider, leider kriegen manche chinesische Hersteller nicht so im Griff, müssten sich irgendwie mal besser um ihre Maschinen kümmern. Es ging hier aber. Also ich musste hier nicht das große Putzen anfangen, wie zum Beispiel zuletzt beim Forum Romanum bei Bluebrick Specials, wo ich wirklich richtig mal schrubben musste. Also auch mit Seife und Mittel und so, weil das einfach zu viel Maschinen-Schmiere war. Hier war es wirklich okay. Da kann man insgesamt nicht meckern. Kommen wir zur Gesamteinschätzung und zum Fazit. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, weil ich dieses Schiff so liebe, würde ich gerne noch länger drüber reden, aber einiges alles Entscheidende gesagt. Wir kommen gleich zu Preis. Aber das Design ist klasse. Richtig gut gelungen. Viel besser. Könnte man aus meiner Sicht die Feinty machen. Mir fällt nichts ein zum Meckern. Der Ständer, da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht. Ansonsten, was das angeht, alles super. Die Steinequalität ist in Bau typisch okay. Damit gewinnt man keinen Preis. Es gibt viele Hersteller im Westen und auch in Asien, die mittlerweile deutlich bessere Teile machen. Bluebricks kauft nach wie vor eher bei den günstigeren Anbietern offensichtlich ein. Jedenfalls bei den Anbietern, die nicht die besten Teile machen können. Es ist leider so. Außer bei der Blaustein. Da haben sie ja mal Premium eingekauft. Aber wie dem auch sei, Teilequalität eher mittelmäßig. Okay, Bauerfahrung richtig, richtig gut. Wer bisher auch vielleicht von den Star Trek Sets ein bisschen die Finger gelassen hat, weil das ist alles ein bisschen simpel, da habe ich nicht so Lust zu, habe ich nicht den Bauspaß. Das Ding hier ist Bauspaß. Das ist richtig, richtig cool. Insofern alles wunderbar. Preisleistung. Bluebricks will 220 Euro für den Otto haben. Das sind 7,7 Cent pro Teil, beziehungsweise 8,5 Cent pro Gramm. Vergleichen wir es mit der Runabout. Bisher mein Highlight bei den großen Sets. Da muss man sagen, die war 20 Euro günstiger. Die liegt also bei 6,5 Cent pro Teil, beziehungsweise 7,4 Cent pro Gramm. Ist also nach beiden Metringen deutlich günstiger. Viele ziehen ja immer gern die Drucke her, weil Bluebricks das auch immer gern als Argument für Preise verwendet. Es ist ja doch deutlich teurer als das, was man typischerweise so von Singbao so kriegt. Äh, die Runabout hatte 35 Drucke. Sie hier hat eben 15. Wie gesagt, beides per Hand gezählt. Kann auch kleiner Pferd dran sein. Aber ihr kriegt die Idee. Das heißt, die Runabout ist nach jeder Metrik, die mir einfallen würde, ist sie günstiger. Sie hat nicht den Bauspaß. Optik muss wie immer jeder entscheiden. Aber insgesamt ist für mich die Runabout immer noch das gelungenere Schiff. Vergleichen wir es mit dem Bird of Prey. Gleiche Geschichte. Günstiger Preis pro Teil, günstiger Preis pro Gramm. Der hat eigentlich weniger Drucke. Insofern, da kann man das Argument noch machen. Aber ich finde, man muss sie schon mit der Runabout, muss sie sich vergleichen lassen. Und da muss ich wirklich sagen, dass die Runabout rein von dem, was man in der Packung vorfindet, deutlich besserer Deal ist. Natürlich ist es so, zum Glück, Bluebricks erhöht ja nicht die Preise im Bestand typischerweise. Das heißt, man kriegt die Runabout natürlich noch für das Geld. Und insofern, wer sie noch ein bisschen unentschlossen ist, rein was die Mechaniken angeht von Preis-Leistung, kriegt ihr dort den besseren Deal. Aber sie ist dir die Feind. Ehrlich mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.